Hallo und herzlich willkommen ich bin Ulrich Alt und in diesem Video soll es um die Neuerungen in der Version 7.18 von Topsolid gehen. Speziell geht es hier um die Neuerungen in Topsolid Design und Topsolid Stil. Was erwartet Sie in diesem Video? Wir werden die Neuerungen präsentieren, aufgedröselt nach verschiedenen Themenbereichen. Dinge die uns jetzt wichtig erscheinen, haben wir in ausführlichen Bildschirmvideos für Sie vorbereitet. Andere Dinge erzählen wir quasi nur auf der Tonspur und blenden dazu ein paar Slidezeiten. Das wichtigste Thema für mich dieses Jahr sind die Methoden in der Konstruktion. Damit kann ich analog wie Normteile mir bestimmte Operationen, Dinge die ich tue, im Voraus ablegen und immer wieder verwenden. Weil dieses Thema mir so wichtig erscheint, haben wir schon in unserem YouTube-Kanal einige Tutorials dazu veröffentlicht und auch einen einstündigen Livestream gemacht, die ich Ihnen an dieser Stelle sehr empfehlen möchte. Bevor wir aber jetzt mit den Inhalten durchstarten, habe ich eine Bitte an Sie. Abonnieren Sie diesen Kanal. Wenn Sie sich in der Topsolid Welt bewegen, haben wir mit Sicherheit neben diesem Video auch viele andere interessante Inhalte für Sie und mit einem Abo verpassen Sie kein einziges neues Video. Wir beginnen jetzt mit den Neuerungen im PDM-Bereich. Die Einstellung des zentralisierten Arbeitsbereiches war bisher für die meisten unserer Kunden der Standard. Sie bedeutet, dass auch beim Speichern von Dokumenten nicht nur im lokalen Arbeitsbereich auf der Festplatte vor Ort, sondern immer auch auf dem PDM-Server die aktuelle Version des Dokuments abgelegt wird. Die Daten werden also bei jedem Speichern über das eventuell langsame Netzwerk an den Server übertragen. Kunden mit großen Datenmengen konnten diese Einstellung abschalten. Der Nachteil, wenn Daten oder aktuelle Stände von Dokumenten nur gespeichert und nicht eingecheckt werden, bleiben diese Versionen auf den Arbeitsplätzen liegen und sind auf dem PDM-Server nicht verfügbar. Auf den Arbeitsplätzen werden diese Daten in der Regel auch nicht gesichert. Als Vorteil erhält man aber eine deutlich bessere Performance und ein flüssigeres Arbeiten beim Zugriff auf die Daten. Aus Gründen einer besseren Performance und zukünftiger Weiterentwicklungen strebt Topsolid an, dass Kunden zukünftig ohne diesen zentralisierten Arbeitsbereich arbeiten. Ab Version 7.18 wird bei neu erstellten Datenbanken diese Option standardmäßig ausgeschaltet, um den Weg in diese Richtung langsam vorzubereiten. Wohlgemerkt, dies betrifft Sie nur dann, wenn Sie entweder Topsolid komplett neu installieren oder im Rahmen des jährlichen Updates eine komplett neue Datenbank anlegen. Wenn Sie einfach nur, wie die meisten unserer Kunden die Datenbank beim Update auf eine neue Version umstellen, betrifft Sie diese Änderung nicht. Sie können sich allerdings für Ihre Firma natürlich die Frage stellen, ob eine solche Umstellung Ihnen nicht allgemein, unabhängig von einem Versionswechsel, Vorteile brächte. Wir helfen Ihnen gerne bei der Einschätzung. Ab Version 7.19 wird für die Kommunikation zwischen dem Topsolid-Arbeitsplatz und dem PDM-Server das HTTP oder optional das HTTPS-Protokoll verwendet. Dieses Protokoll wird von den meisten Firewalls standardmäßig akzeptiert und macht die Administration damit einfacher. Gleichzeitig wird die Kommunikation zum Server so umgebaut, dass es eine zustandslose Verbindung gibt. Die Verbindung zum Server bleibt nicht während der Arbeit andauernd bestehen und trägt in Sicht auch keine Informationen wie den angemeldeten Benutzer oder dessen geöffnete Dokumente usw. Sondern sie wird bei jeder Anforderung von Daten aufgebaut und wieder abgebaut. Somit können Anwender weiter arbeiten, wenn der PDM-Serverdienst neu gestartet wird oder aus anderen Gründen eine kurze Zeit nicht verfügbar ist. Es ist also möglich in einem Dokument weiter Konstruktionen durchzuführen, solange man dabei keine Anforderungen an den PDM-Server hat. Insgesamt wird es damit sicherer und stabiler möglich, das PDM in der Cloud zu hosten und darauf zuzugreifen, da jetzt kurze Verbindungsabbrüche keine großen Auswirkungen mehr haben und der PDM-Serverdienst bei Ausfällen einfach auf einer anderen Maschine neu gestartet werden kann. Das waren jetzt einige Themen, die die Server-Seite von PDM betreffen. Also Änderungen, die die Anwender nicht direkt bemerken. Es gibt aber auch in der Oberfläche von TopSolid Design Änderungen, die mit dem PDM-System zu tun haben. Insbesondere geht es darum, dass man bessere Such- und Filtermöglichkeiten bekommt, damit man schneller findet, was man sucht. Das Projekte-Fenster enthält jetzt Suchfilter für alle Spalten mit der Möglichkeit zu filtern. Dadurch können Projekte schneller gefunden werden. Mit den Filter-Icons kann zusätzlich nach verschiedenen Kriterien gesucht werden. ... In dem Fenster Suchergebnisse, welches die gefundenen Elemente einer Suche anzeigt, gibt es nun eine Suchbox, mit der man in den Suchergebnissen noch einmal nach einem bestimmten Wort oder Teilwort suchen kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn Sie vorher einem Bauteil- oder Baugruppendokument ein Hintergrunddokument hinzufügen wollten, musste dieses Hintergrunddokument immer parallel zum Hauptdokument geöffnet sein. Ab dieser Version können Sie über einen kleinen Button mit den drei Punkten dieses Hintergrunddokument auch direkt in Ihrem PDM-System suchen. Passwörter der TopSolid-Anwender werden in der SQL-Datenbank in der Tabelle dbo.users gespeichert. Ab Version 7.18 werden diese Passwörter mit einem sicheren Hash-Algorithmus verschlüsselt und können auch nicht mehr entschlüsselt werden. Vergisst ein Anwender sein Passwort, hat der Administrator des PDM-Systems die Möglichkeit, dessen Passwort zurückzusetzen. Wenn man in früheren Versionen des Eigenschaften-Fensters eines Projektes geöffnet hat, so musste man immer erst auf den Knopf Bearbeiten drücken, wenn man die Eigenschaften des Projektes dann tatsächlich bearbeiten wollte. Dieser zusätzliche Schritt ist ab dieser Version nicht mehr erforderlich. Die Eigenschaften können direkt bearbeitet werden. Wenn man eine Multi-Site-PDM-Installation hat, also einen primären PDM-Server und einen oder mehrere sekundäre PDM-Server an entfernten Standorten, dann wirkte der Befehl Cache-Bereinigen aus TopSolid bisher nur auf den primären PDM-Server. Ab dieser Version werden nun die Caches des primären PDM-Servers und auch des sekundären PDM-Server bereinigt. Sie finden diesen Befehl in TopSolid unter dem Hauptmenü, dann PDM und Cache-Bereinigen. Kunden mit vielen großen Projekten haben nun die Möglichkeit, in ihrem aktiven PDM-System Platz zu sparen und Projekte an einen anderen Speicherort, z.B. einem Nasslaufwerk, zu archivieren. Für jeden einzelnen Vault wird im Admin-Tool des PDM-Servers separat eingestellt, wohin die archivierten Daten dieses Vaults abgelegt werden sollen. Das Archivieren geschieht dann einfach im Projektefenster durch rechten Mausklick auf das Projekt und Archivieren. Beim Archivieren kann dem Archiv noch ein Name und ein Kommentar, z.B. warum es archiviert wurde, mitgegeben werden. Das Archivieren geschieht asynchron, man kann also parallel dazu weiterarbeiten, während er archiviert wird. Im Projektefenster können archivierte Projekte mit einem neuen Button ein- und ausgeblendet werden. Beim Archivieren werden die Daten aus dem Vault in das Archivverzeichnis verschoben, bleiben aber im PDM sichtbar. Beim Zugriff erhält der Anwender eine Meldung, dass die Daten archiviert sind. Beim Öffnen eines archivierten Dokuments erhält man zwar eine Fehlermeldung, aber man kann sich die Struktur im Projektfenster anschauen. Als Gegenpart dazu gibt es den Befehl Wiederherstellen, der die Daten in den Vault wiederherstellt. Wichtig dabei, ein Archiv kann nur in das PDM wiederhergestellt werden, in dem es erzeugt wurde. Es kann nicht in ein neues, leeres PDM wiederhergestellt werden. Ein Archiv ersetzt also in keiner Weise ein vernünftiges Backup des PDM-Systems. Wird über das Admin-Tool des PDM-Servers eine Sicherung erstellt, so enthält diese Sicherung keine archivierten Daten. Diese archivierten Daten müssten dann gegebenenfalls gesondert gesichert werden. An der Bedieneroberfläche hat es einige Änderungen gegeben, die den Komfort beim täglichen Arbeiten mit TopSolid steigern. Insbesondere kann die Oberfläche jetzt auf den Dark Mode umgestellt werden, der Augen und auch die Batterie schont. TopSolid kann ab dieser Version im Dark Mode, also mit dunklen Hintergründen betrieben werden, was sich augenschonend und auch positiv auf die Laufzeit der Batterie auswirkt. Unter dem Menü Extras Optionen, dann Farben, können verschiedene Farbthemes eingestellt werden. Jede einzelne Farbe der Themes kann zusätzlich individuell angepasst werden. Wenn man ab jetzt ein neues Dokument erstellt und sich eine Vorlage aussucht, gibt es jetzt ein neues Icon, welches eine Vorschau öffnet, zum Beispiel um den Zeichnungsrahmen oder das Schriftfeld der Vorlage vorab zu sehen. Wenn man in 3D-Dokumenten die Maus bewegt, erscheinen unten in der Statusleiste die Koordinaten. Mit dem neuen Button daneben kann man jetzt ein anderes Referenzkoordinatensystem als das absolute Koordinatensystem angeben. Die Idee hierfür kommt ursprünglich aus dem CAM-Umfeld. Umgesetzt wurde es aber jetzt in allen 3D-Dokumenten. Der von TopSolid eingesetzte Floating License Manager Sentinel RMS stellt den Anwendern ein Verwaltungsprogramm zur Verfügung, um Lizenzen hinzuzufügen oder deren Nutzung einzusehen. Dieses Programm musste man bisher immer auf dem Installationsmedium von TopSolid suchen und von dort aus starten. Jetzt gibt es im Dialogfeld für Lizenzen direkt einen neuen Button, mit dem dieses Verwaltungstool, auch bekannt als WLM-Admin, gestartet werden kann. TopSolid bietet ab jetzt bei der Auswahl von Familien, zum Beispiel bei der Erstellung von Profilstellen, aber nicht nur dort, die am häufigsten verwendeten Familien bevorzugt, das heißt direkt oben in der ansonsten alphabetisch sortierten Liste an. Die Liste richtet sich nach der Häufigkeit der Benutzung der entsprechenden Familie in dieser Funktion. Unter Extras, Optionen, dann unter Allgemein und häufig verwendete Dokumente kann die Anzahl der auf diese Weise hervorgehobenen Familien eingestellt werden. Das große Thema dieses Jahr bei Skizzen ist der neue Modus bei der Berechnung von Silhouettenkurven. Insbesondere wenn die Modelle groß sind, kann ich mit diesem Modus, der durch die Grafikkarte beschleunigt wird, viel schneller und viel robuster ein besseres Ergebnis bekommen. Hinzu kommen auch noch Verbesserungen bei den Offset-Operationen, insbesondere beim Umgang mit Texten und Schriften. Es ist schon lange möglich, beim Bearbeiten der Skizze direkt einen grafischen Schnitt in der Skizzenebene zu erzeugen. Der entsprechende Befehl oder vielmehr das entsprechende Icon finden sich jedoch jetzt direkt rechts oben im Grafikbereich. Dort kann der Schnitt jetzt mit einem Klick eingeschaltet oder ausgeschaltet werden. Früher war dieser Befehl im Statusmenü ganz oben rechts in der Menüleiste angeordnet. Normalerweise bewegen wir uns beim Zeichnen in einer Skizze auf deren vorgegebenem Raster. Möchten wir uns jedoch frei bewegen, ohne an die Rasterpunkte beim Klicken quasi anzudocken, können wir das nun erreichen, indem wir die Shift-Taste gedrückt halten. Die Funktion zur Berechnung der Mittelkurve versucht nun mehr als früher eine Kontur aus Linien und Kreisbögen zu erstellen und so wenig wie möglich auf die Erstellung von Spline-Kurven zurückzugreifen, die manchmal auch einfach unnötig waren. Mit der neuen Option Kreisbögen, welche speziell für koaxiale, also Kreisbögen mit dem gleichen Mittelpunkt gedacht ist, wird ein Problem bei der Berechnung von Mittelkurven in diesem Fall korrigiert. Beim Aufrollen eines Textes auf eine konische, also kegelförmige Fläche, sinkt mit den vorhandenen Optionen manchmal der Text ab. Es gibt jetzt einen neuen Modus in der Aufrollen-Funktion namens lineares konisches Aufrollen, welcher die UV-ISO-parametrische Anordnung der Fläche besser berücksichtigt. Fügt man zu einer Skizzenbemaßung über deren Kontextmenü eine Information hinzu, erschien bisher nur der Name der Information neben dem Maßtext. Fährt man nun mit der Maus über das Maß, erscheint auch der Inhalt der Information als Tooltip. Die Operation für die Erstellung einer Offset-Kurve hat einen neuen Modus namens Lettering. Er ermöglicht das direkte Auswählen von mehreren Profilen, zum Beispiel einer Schrift, aber auch die Auswahl eines ganzen Textes direkt als ein Element. Wichtig dabei, wenn sich der Text ändert, also Profile dazukommen oder verschwinden, wird dadurch die Auswahl nicht ungültig, weil man ja auf den Text referenziert hat und nicht auf die einzelnen Profile. Weiter gibt es im letzten Knubbel eine neue Option, die sogenannten speziellen Verrundungen. Man kann direkt die Verrundung an einer Ecke der Offset-Kontur löschen, den Wert beibehalten oder den Wert verändern. Das findet seine Anwendung sicher im Drahtschneiden und auch beim Konstruieren von Folgeverbundwerkzeugen. Es gibt bei den Skizzen eine neue Option bei der Silhouetten-Funktion. Grafisch Die Berechnung der Silhouettenkurve erfolgt mithilfe der Grafikkarte. Man kann einen Bereich für die Berechnung wählen und die Vorschau ein- und ausschalten. Man kann innere Konturen ein- und ausschalten, das Profil schließen und direkt einen Offset-Wert angeben für die Berechnung einer Silhouettenkurve mit Abstand zum Teil. Es gibt auch eine Einstellung Rastergröße oder Grid-Size, welche die Genauigkeit der Silhouette beeinflusst, abgestuft von grob nach fein. In den Menüs Form und Oberfläche möchte ich dieses Jahr zwei Punkte herausgreifen. Einmal können wir bei Gewindebohrungen die Form des Gewindes tatsächlich am 3D-Modell modellieren. Damit kann das Gewinde dann in 3D-Druck hergestellt werden. Bei der Funktion zum Erstellen einer Offset-Form kann ich jetzt die Flächen, die mir beim Erstellen des Offsets ein Problem verursachen, ausklammern, automatisch ausklammern und später reparieren. Beim Erstellen einer Tasche können die optionalen vertikalen Radien jetzt nach Innenradien und Außenradien getrennt gesteuert werden, analog der Funktion Verrundung in der Skizze. Bei der Außengewindeoperation und der Gewindebohrenoperation gibt es jetzt die Option Modellieren, welche das Gewinde als 3D-Modell wirklich ausmodelliert. Man erhält eine Warnmeldung, dass dies viel Performance braucht und nur für den Fall des 3D-Drucks gedacht ist. Es werden nur zylindrische Gewinde unterstützt, keine konischen Gewinde. Das Querschnittsprofil für die Zähne wird im Gewinde-Standard-Dokument festgelegt. Eine Bohrung mit modelliertem Gewinde entspricht dabei etwa 1 MB Speicherplatz. Das Querschnittsprofil für die Zähne wird im Gewindebohren und Beim Offset-Befehl gibt es häufig Probleme mit bestimmten Flächen. Im Bereich zu Entfernende Flächen gibt es nun einen neuen Knopf, um diejenigen Flächen auszuschließen, die einen Fehler verursachen. Es gibt danach derzeit leider keinen Hinweis darauf, welche Flächen genau jetzt das Problem verursacht haben und eventuell repariert werden müssten. In der Funktion Fläche kopieren gibt es eine neue, zusätzliche Option namens Öffnungen. Dort können alle oder einige der inneren Schleifen einer kopierten Fläche geschlossen werden. Die Idee kommt ursprünglich aus dem Wood-Bereich, wenn man Panel erstellen will auf einer Fläche, aber die Bohrungen nicht mitnehmen möchte. Die Funktion findet aber sicher auch Anwendung in anderen Bereichen. Im Befehl Oberfläche Entfernen und dann Körper gibt es eine neue Option zu behaltende Körper. Man klickt damit also nicht mehr, wie in früheren Versionen, auf die Körper, die verschwinden sollen, sondern kann alternativ auch den Körper angeben, den man behalten möchte und alle anderen verschwinden dann. Wenn man die Funktion Blech auf Skizze verwendet, um Lochbleche oder allgemein Bleche mit vielen Konturen zu erstellen, so gibt es nun die neue Option Schnell, wodurch diese Operation stark beschleunigt wird. Diese Option ist ab dieser Version auch standardmäßig immer eingeschaltet. Bei den Blecheigenschaften gibt es eine für die Benutzer unsichtbare interne Optimierung, durch die die Berechnung schneller erfolgt. Es werden dabei nicht benötigte Eigenschaften tatsächlich gelöscht, statt wie bisher nur ausgeblendet. Baugruppen waren der Bereich, in dem in diesem Jahr in TopSolid Design am meisten passiert ist. Die meisten Änderungen davon wiederum gehen ganz klar in Richtung Stahl- und Metallbau. Aber auch wenn Sie in der Baugruppe schon mit den Eigenschaften der Bauteile in der Stückliste spielen wollen, werden Sie einige Verbesserungen finden. Beim Einfügen von Profilstählen oder anderen Langbauteilen gibt es jetzt im Grafikbereich drei neue Icons. Hat man sich für die Option entlang einer Linie oder zwei Punkte für die Platzierung des Stahls entschieden, kann man mit einem Icon einen grafischen Schnitt mit einer Box aktivieren und mit einem weiteren Icon die Größe des Ausschnitts um den neuen Profilstahl bestimmen. Mit einem dritten Knopf kann auf den Querschnitt des neu eingefügten Profils gesoomt werden. Die neue Option namens Automatischer Schnitt auf Profil setzt alle drei Optionen auf einmal um. Wird in einer Baugruppe über die automatische Blechteileerkennung ein importiertes Teil als Profilstahl erkannt, so konnte es bisher nicht nachträglich getrimmt werden und man erhielt eine Fehlermeldung. Das funktioniert ab dieser Version einwandfrei. In Version 7.17 wurden ja die sogenannten nicht synchronisierenden Operationen oder Prozesse eingeführt. Hierdurch wird es nötig, die Prozesse manuell neu ausführen zu lassen. Bisher konnte man dies nur global für alle Prozesse eines Dokuments über das TopSolid-Menü oder im Operationenfenster für jeden Prozess einzeln bewerkstelligen. Ab dieser Version können im Operationenfenster nun mehrere Prozesse ausgewählt und neu aufgebaut werden. Sollen die Stücklisteneigenschaften, genauer die Exemplareigenschaften eines Bauteils, in einer Baugruppe verändert werden, können diese jetzt einfach ausgewählt und geändert werden. In den vorhergehenden Versionen erhielt man in diesem Fall eine Warnmeldung. Beim Gehrungsschnitt mit Profilen gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, die Begrenzungs- oder Schnittebene genauer als vorher festzulegen. Einmal kann die winkelhalbierende Ebene der Achsen der Profile verwendet werden. Oder die winkelhalbierende Ebene jeweils an den Innenseiten oder Außenseiten des Profils. Ebenso gibt es eine automatische Option, wo die Schnittebene an die Profilform angepasst wird. Bei gekrümmten Profilstählen gibt es eine neue Option für die Trimmung entlang einer Kurve und man kann so den Schnitt besser an die Kontur anpassen. Die frühere Funktion Ebenes-Trimmen wurde ausgebaut und heißt jetzt einfach nur noch Trimmen. Sie ermöglicht nun das Trimmen an beliebigen Elementen, also zum Beispiel an einer Ebene, an einer anderen Form, an einer Skizze, jeweils mit und ohne Aufmaß. Beim Trimmen an einer Skizze wird der höchste bzw. tiefste Punkt gesucht und für die Begrenzung verwendet. Mit der neuen Funktion Teilung können Bauteile, zum Beispiel große Bleche oder Wände, entlang der Profile einer Skizze in neue, kleinere Bauteile aufgeteilt werden. Man wählt, ob man nur die inneren, äußeren oder beide Teile der Skizze behalten will. Hierdurch werden die ausgewählten Bauteile in separate Bauteile entlang der Konturen der Skizze aufgeteilt. Die einzelnen Stücke werden dabei zu lokalen Teilen. Analog zu den Optionen, die man bereits von den Mustern kennt, kann auch hier die Art der Nummerierung oder Referenzierung der entstehenden Bauteile festgelegt werden. Lokale Bauteile und Baugruppen können jetzt mit einem symmetrischen Muster gespiegelt werden. Ebenso können nun von lokalen Bauteilen und Baugruppen Funktionen bereitgestellt werden. Lokale Bauteile können keine Symmetrien haben, es wird also immer ein Spiegelteil erstellt. Im Menü Modellierung gibt es nun zusätzlich zu den Formenfunktionen auch die Funktionen zum Konstruieren von Freiformflächen oder Blechen. Diese können als Hilfselemente dienen, um zum Beispiel Bauteile an diesen Flächen zu trimmen. Bisher musste man dafür immer recht umständlich ein Hilfsbauteildokument erstellen, welches nicht zur Stückliste gehört und ansonsten eigentlich sinnlos war. Möchte man verschiedene Komponenten derselben Familie ersetzen, so wurden bisher immer alle ersetzt. Jetzt kann man die zu ersetzenden Bauteile auswählen und bekommt eine Vorschau des Ergebnisses angezeigt. Ebenfalls neu sind Auswahlbuttons hinzugekommen, mit denen alle Komponenten oder alle Komponenten mit diesem Code ausgewählt werden können. In einer Stückliste im Bauteilefenster einer Baugruppe können die Eigenschaften der Bauteile direkt verändert werden. In einer Stückliste im Bauteilefenster einer Bauteile verwendet werden kann, die Möglichkeit Exemplareigenschaften hinzuzufügen und zu verändern. Möchte man eine solche Eigenschaft ändern, wird direkt der entsprechende Befehl in der Oberfläche zur Änderung der Exemplareigenschaften gestartet. In TopSolid werden Trempeile verwendet werden. Sie werden die Karten auf eine effiziente und flexible Art und Weise erstellt. Sie bekommen einerseits rasch schnelle Ergebnisse und haben andererseits die Freiheit und Flexibilität, individuelle Lösungen umzusetzen. In einem ersten Schritt definieren Sie das Treppenlayout, wo Sie die Aufteilung der Treppe ganz einfach und schnell anpassen können. In einem zweiten Schritt platzieren wir dann die Stufen auf dieses Treppenlayout. Was gibt es also dieses Jahr bei den Treppen Neues? Bei den Infolabels während der Layoutphase wird nun als Information die zu überwindende Geschosshöhe angezeigt. Die Information wurde bisher nicht angezeigt. Es gibt eine neue Option für die Erstellung von Wangen für die Treppe, entweder als Skizze oder als Fläche, unter der Treppe oder seitlich, dann entweder links oder rechts und so weiter. Die Stufen werden auf Wunsch an der Wange getrimmt. Beim Hinzufügen einer neuen Wange sind die Einstellungen der Treppe vorgegeben und es muss nur die Einstellung für jeden Treppenlauf geändert werden. Die erzeugte Geometrie dient als Hilfe für die Bestimmung der endgültigen Größe und Form der Wange, sozusagen als Hilfsgeometrie für die weitere Konstruktion. Wird ein Treppenlayout bearbeitet, so gibt es nun im Grafikbereich einen neuen Knopf namens 2D Layout bearbeiten. Ist dieser Knopf aktiv, können die Linien des Treppenlayouts manuell verschoben und angepasst werden. Mit der Workspace-Funktionalität ist es möglich, die Arbeit an einer einzigen Baugruppe auf mehrere Konstrukteure zu verteilen, Bauräume zu definieren und den einzelnen Teilbereichen Kontext aus der übergeordneten Baugruppe mitzugeben. Die Funktion ist über das Dokument Arbeitsbereich Manager verfügbar. In dieser Version 7.18 hat sich nun speziell Folgendes geändert. Workspaces können jetzt direkt im Elementefenster erstellt werden und die Iconleisten für Form und Oberfläche wurden auf die wesentlichen Operationen für die Erstellung von Arbeitsbereichen reduziert. Bei der Übernahme von vordefinierten Kontexten in einen Arbeitsbereich müssen nun nicht mehr alle Kontexte einzeln aktiviert werden, sondern es gibt eine globale Checkbox, mit der alle definierten Kontexte in den neu zu erstellenden Arbeitsbereich übernommen werden können. Hat man einen bestimmten Arbeitsbereich erstellt und darin Teile eingefügt, so kann man im Arbeitsbereich Manager Dokument diesen Arbeitsbereich kopieren und der Kopie einen neuen Namen geben. Die Kopie kann dann geändert werden und man hat dann eine andere Variante zur Auswahl, die man in die finale Baugruppe übernehmen kann. Für mich die wichtigste Neuerung in diesem Jahr ist die Einführung von Methoden in der Konstruktion. Genauso wie mir Normteile es erlauben, bestimmte geometrische Elemente immer wieder und wieder zu verwenden, ermöglichen es Methoden, bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Operationen immer wieder und wieder durchzuführen. Operationen in der Dose sozusagen. Die Vorgehensweise besteht darin, dass man ein Vorlagendokument definiert, das ein Bauteil oder ein Baugruppendokument sein kann. Und in diesem Vorlagendokument führt man die Operationen durch, die man eben automatisieren oder wiederverwenden möchte. Auf dieses Vorlagendokument setzt dann ein Methodendokument auf. Und in diesem Methodendokument legen wir fest, welches die Grundelemente, die Steuerelemente sind, auf die sich die Methode in dem angewendeten Bauteil, in dem sie angewendet wird, beziehen soll. Wir haben zu diesem Thema schon einige Tutorials gemacht, von denen wir auch jetzt einige zeigen werden. Es gibt auch einen einstündigen Livestream genau zu diesem Thema, den ich Ihnen sehr, sehr empfehle. Also, Methoden in der Konstruktion, wie funktioniert das? In diesem Beispiel für die Erstellung einer Methode soll es darum gehen, wie wir ein Bohrbild, zum Beispiel ein Anschlussbohrungsbild für Hydraulikzylinder, Hydraulikkomponenten oder Anschraubbohrbilder in einer Methode hinterlegen können. Auch hier beginnen wir immer mit der Erstellung eines Vorlagenteils, also eines Bauteils, welches genau dieses Bohrbild eben enthält. Hier erstellen wir uns zunächst einmal ein Koordinatensystem, welches für die Position des Bohrbilds auf dem finalen Teil steht. Ich wähle hierzu jetzt ein bedingtes Koordinatensystem, weil ich weiß, dass dieses Bohrbild eben auf eine ebene Fläche bedingt durch zwei Ränder in der Regel positioniert werden wird oder mittig auf eine ebene Fläche. Und dort ist das bedingte Koordinatensystem eben die beste Wahl. Auch hier dran denken, wir wollen dieses Koordinatensystem austauschen und müssen es benennen. Sie müssen es übrigens nicht alles POS benennen, nur weil ich das hier so mache. Wir skizzieren uns jetzt unsere Bohrpositionen und hier eben wichtig darauf achten, dass wir immer auf unsere Geometrie korrekt referenzieren. Also wenn Position unser Koordinatensystem ist, dann auch hier die Skizze an diesem Koordinatensystem korrekt ausrichten. Wir skizzieren uns jetzt unsere ersten vier Bohrpositionen für eine Bohrgruppe. Auch hier parametrieren wir uns wieder die Länge und die Breite. Wir können hier sagen, dass diese Punkte, diese Eckpunkte nicht innen sein sollen. Das heißt, sie sollen sichtbar bleiben, greifbar bleiben, nachdem wir die Skizze beendet haben oder abgeschlossen haben. Aus den vier Linien machen wir Hilfslinien. Jetzt brauchen wir aber noch irgendetwas, in das wir hineinbohren können. Deshalb erstellen wir jetzt sozusagen unsere Stellvertreterform, die das Bohrbild abbekommen soll. Auch hier achten wir auf eine Referenzierung bezüglich unseren Steuerelementen, unseren zukünftigen Steuerelementen. Und jetzt ist immer der gleiche Mechanismus, alle Parameter, die ich variabel halten möchte, muss ich benennen. Ich kann so viele Parameter variabel halten, natürlich wie ich möchte. Und wichtig auch, ich erzähle es nochmal, dass man den Parametern auch eine vernünftige Beschreibung mitgibt, damit entweder ihr zukünftiges Ich oder ihre Kolleginnen und Kollegen noch wissen, was sie denn mit L1 und T und was weiß ich allem gemeint haben. Wir erstellen uns jetzt noch ein weiteres Koordinatensystem auf einer festen Position bezüglich unserer Mitte. Hier wollen wir die Position zum Beispiel nicht variabel haben. Und auf dem erstellen wir uns ein Gewinde. Zu guter Letzt erstellen wir uns noch in der Mitte von unserem Bohrbild eine große Wellenbohrung zum Beispiel. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes erstellen wir unser Methodendokument. Unsere Vorlage ist die Vorlage Bohrbild. Und wir müssen jetzt sagen, was wir denn bei der Anwendung der Methode gefragt werden wollen. Also das wäre zum Beispiel, welche Form in unserem Bauteil soll das Bohrbild abbekommen und wo soll es hin. Und was sind zum Beispiel die Durchmesser der einzelnen Bohrungen. Also unsere Form ist ein Steuerelement, die Skizze nicht. Aber zum Beispiel die Positionierung ist eins. Und die generischen dann, also zum Beispiel die Länge, die Breite und so weiter machen wir alles zu Steuerparametern. Denn Sachen, die wir zwar ändern können möchten, aber nicht so oft ändern, packen wir in die optionalen Steuerparameter, damit unser Dialogfeld einigermaßen kompakt und anwenderfreundlich bleibt. Jetzt sieht man hier, was sind die Elemente, die gefragt werden und welche Operationen wird meine Methode in dem neuen Dokument erstellen. Wir erzeugen jetzt ein Testbauteil. Auf dem platzieren wir unsere Methode, also einfach in das Bauteil reinziehen. Was ist die Position? Und schon sind alle diese Operationen eben erfolgt. Wir können unser Bezugskoordinatensystem natürlich noch nachträglich verändern und zum Beispiel drehen. Um so eben die Orientierung des Burbils zu verändern. In den vorherigen Versionen waren die Indexregeln für die automatische Vergabe von Indexnummern an die bereitgestellten Funktionen der Bauteile geknüpft. Es gibt jetzt hier auch Zugriff auf die definierten Filterdokumente und man kann auch diese als Kriterium für die Vergabe von Indexnummern verwenden. Natürlich kann man aber immer noch die Familie aussuchen, zu der ein Bauteil gehört, um seinen Index zu bestimmen. Die ausgewählten Filter bei der Baugruppe für die Stückliste haben nun einen Schalter, der es ermöglicht, Exemplareigenschaften zu berücksichtigen oder nicht zu berücksichtigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt jetzt eine neue Stücklisteneigenschaft, die den letzten, also den vorhergehenden Herstellungsindex eines Bauteils enthält. Der Hintergrund, wenn ein Bauteil kurzfristig geändert wird und schon Zeichnungen oder andere Dokumente mit dem alten Herstellungsindex rausgegeben wurden, kann man über diese alte Nummer eine Zuordnung zu diesen Dokumenten treffen. Im Menü Visualisierung gibt es eine neue Funktion namens Schnitt durch Quader. Damit kann man die grafische Darstellung auf einem Quader um einen Punkt begrenzen. Außerhalb des Quaders liegende Elemente behindern dann nicht mehr die Sicht auf den Bereich, in dem konstruiert wird. Als Zentrum des Quaders wird ein Koordinatensystem ausgewählt, welches dann auch die Orientierung des Quaders im Raum definiert. Zusätzlich kann auch ein anderer, vom Nullpunkt des Koordinatensystems abweichender Ursprungspunkt gewählt werden. Bei den Funktionen zum Einfügen eines Profilstahls auf einem Segment sowie zum Einfügen einer Verteilung gibt es direkt im Grafikbereich neue Knöpfe, um einen grafischen Schnitt durch Quader auf den Bereich der Einfügung festzulegen. Das Streuungsvolumen ist ein Bauteildokument, welches in das Studiodokument eingefügt wird. Unter dem Menü Visualisierung können wir es als Streuungsvolumen definieren und dessen Farbe und den Koeffizient verändern. Nach der Bestätigung wird das beim Rendering wirksam, sodass man den Lichtverlauf durch ein Staubfeld besser sehen kann. Beim fotorealistischen Rendering ist es nun nicht mehr nötig, eine spezifische Kamera zu definieren. Man kann jetzt einfach die aktuelle Ansicht oder eine definierte Kamera rendern und sich in dieser Ansicht einen Bildausschnitt aussuchen. Beim Analysieren eines Musters wird nun die Anzahl der Instanzen im Muster angezeigt. Mit dem neuen, sogenannten kombinierten Muster können neue Muster auf der Basis von vorhandenen Mustern erstellt werden. Die vorhandenen Muster können durch eine Addition oder eine Multiplikation miteinander verknüpft werden. Wichtig dabei, die Reihenfolge der Muster bei der Kombination hat einen Einfluss auf das Ergebnis. Die neue Funktion zur Musteroptimierung ermöglicht es, die Reihenfolge der Wiederholungsinstanzen in einem Muster zu beeinflussen. Ausgehend von einer Ebene können mehrere Methoden für die Reihenfolge ausgewählt werden. Sweeping, optimierte Sweeping oder Optimierung. Angezeigt wird auch die Reihenfolge der Instanzen in Form eines Weges. Die so optimierten Muster können dann in einer Kammbearbeitung verwendet werden. Kleiner Tipp, ist das Muster im Fertigteilmodell definiert, kann man mit dem gelben Plus die Option Muster auswählen und dann das Muster im Grafikbereich auf dem Fertigteil auswählen. Es gibt eine neue Möglichkeit, einen Schnittpunkt zwischen einem Profil und einer ganzen Form zu berechnen. Vorher konnte man nur eine Ebene oder eine einzelne Fläche einer Form für die Berechnung des Schnittpunktes aussuchen. Unter Konstruktion Parameter kann ab jetzt in einem Bauteil oder einem Baugruppendokument ein sogenannter Stücklisten-Index-Parameter erzeugt werden. Dieser Parameter ordnet sich unter die Systemparameter ein und definiert den Index, den dieses Bauteil oder diese Baugruppe in einer Stückliste bekommen wird. Damit wird die normale Index-Vergabe in der Stückliste überschrieben. Ist der Parameter nicht definiert, bleibt alles beim Alten und die Vergabe der Stücklisten-Indizes für dieses Bauteil oder diese Baugruppe erfolgt im Stücklistendokument. Ebenen haben jetzt an den Ecken Griffe, um deren Größe direkt interaktiv verstellen zu können. Lästig war in vorhergehenden Versionen, dass groß dargestellte Ebenen das Bauteil verdeckt haben und deshalb häufig ausgeblendet werden mussten. Ebenen werden ab dieser Version beim Anklicken in den Fokus nach hinten geschoben, sodass eine große Ebene nicht mehr das Bauteil für das Klicken verdeckt und die Ebene trotzdem sichtbar bleiben kann. Mit der neuen Funktion Schnitt bei der Punktewolke kann man eine Skizze erstellen, indem man entlang einer Ebene oder einer Box durch eine Punktewolke schneidet. Der Auswahlabstand gibt dabei den Bereich um die angegebene Ebene nach oben und unten an, um den herum die Punkte ausgewählt werden. Die erstellte Skizze ist immer geschlossen. Idee ist dabei zum Beispiel, Geländer an eingescannte Betongeländer zu zeichnen und sich auf diese Weise aus der Punktewolke die gewünschte Skizze zu extrahieren. Bei den Toleranzanmerkungen und Kommentaren wurde die Bedienung an die gewohnte Bedienung der Bemaßung im Entwurfsdokument angepasst. So wird zum Beispiel jetzt automatisch eine geeignete Ebene für den Kommentar vorgeschlagen. Ein manueller Wechsel der Ebene für den Kommentar ist immer mit der Tastenkombination Steuerung Leertaste möglich. Weiter sind Skizzen in einer Gruppe enthalten, kann man jetzt im Elementefenster mit den Skizzen in der Gruppe mehr machen, zum Beispiel die Bemaßungen anzeigen. Bei der Ableitung von Dokumenten können Blockhüllen nun mit abgeleitet werden. Das war vorher nicht möglich. Hat man in einer Baugruppe Verarbeitungsbauteile, die wiederholt werden, können diese jetzt mit dem neuen Befehl Verarbeitungsbauteile-Wiederholung direkt wiederholt werden und die Wiederholung wird korrekt übernommen. Als Ergebnis werden bei der Anwendung der Prozesse dieser Teile in der übergeordneten Baugruppe auch die Prozesse wiederholt statt für jedes Exemplar einzeln erzeugt. Dadurch gewinnt TopSolid beim Erstellen der Prozesse und auch bei deren Aktualisierung enorm an Leistung. Es gibt eine neue Benutzeroberfläche für Materialien und Beschichtungen. Man kann darin Farben als Parameter definieren oder eine Rauigkeit oder auch andere Aspekte eines PBR-Materials. Es wird dadurch möglich, Familien von Materialien und Beschichtungen zu erstellen. Hiermit können dann Materialkataloge, wie zum Beispiel der RAL-Katalog, einfacher erstellt werden. Bei der Zuordnung eines solchen Materials oder einer solchen Textur aus einer Familie an ein Bauteil, wird wie gewohnt die Familie ausgewählt und dann die Steuerparameter eingegeben oder der passende Code aus der Tabelle ausgewählt. Trotz aller Bemühungen sind 2D-Zeichnungen immer noch die rechtsverbindlichen Dokumente. Und auch in der Kommunikation zwischen Unternehmen, zwischen Kunden und Lieferanten, aber auch intern im Unternehmen, sind sie nicht wegzudenken. Ziel muss es sein, die Erstellung von Zeichnungen so gut es geht zu automatisieren und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich von Routineaufgaben zu entlasten. Wenn man eine verkettete Bemaßung erstellt, so konnte man beim Definieren des Maßursprungs vorher nicht einen Extrempunkt, zum Beispiel den äußeren Punkt eines Kreises, auswählen. Jetzt gibt es hier das gelbe Plus, mit dem man sich diese Hilfsgeometrie erstellen kann. Bei der Funktion der automatischen zusammengesetzten Bemaßungen gibt es eine neue Option namens Bemaßungsendpunkte für horizontale und vertikale Linien. Wendet man dies auf ein Teil, zum Beispiel mit einer Nut an, werden bei den Rundenenden die äußeren Punkte der Nut erkannt und mitbemaßt. Durch Rechtsklick auf eine Stückliste in einem Entwurfsdokument bekommt man jetzt die Option, das Stücklistendokument aus der Zeichnung heraus zu öffnen. Gehen Sie dafür im Kontextmenü auf den Punkt Andere und dann Dokument öffnen. Bei der Definition einer Projektionsgruppe in einem Entwurfsdokument gibt es die neue Option Definition der verbundenen Bauteile projizieren. Diese Verbesserung für den Wood-Bereich ermöglicht es, ein Bauteil vor seiner Bearbeitung durch Prozesse in der Baugruppe darzustellen, also wie das Teil vor seinem Einbau in eine Baugruppe ausgesehen hat. In Stücklisten-Dokumenten können jetzt in einer Formelspalte QR-Codes erzeugt werden, zum Beispiel aus der Beschreibung eines Bauteils. Die Option QR-Code anzeigen muss dann noch für die Spalte aktiviert werden. In der Stücklisten-Ansicht sieht man dann den normalen Inhalt. Fährt man mit dem Mauszeiger darüber, erscheint der QR-Code. Fügt man diese Stückliste dann in ein Entwurfsdokument ein, so werden die QR-Codes in der eingefügten Tabelle angezeigt. Hatte man früher eine Schnittansicht erstellt und wollte eine Tiefe vorgeben, so musste man irgendeine Geometrie in der Ansicht auswählen, welche die gewünschte Tiefe definiert. Dies kann man immer noch tun, aber es gibt jetzt zusätzlich die Möglichkeit, einfach eine Tiefe ausgehend von der Ebene des Schnittes zu definieren. Bei Bohrkommentaren konnte bisher nur die zylindrische Tiefe einer Bohrung bemaßt werden und bei der Definition des Bemaßungsstils stand nur diese Information zur Verfügung. Zusätzlich zur zylindrischen Tiefe gibt es ab dieser Version auch eine Information zur Gesamttiefe einer Bohrung, also der Tiefe einschließlich des Kegels. Der neue Dokumenttyp Bemaßungstoleranzstandard ermöglicht das Festlegen von eigenen Standard-Toleranzen für Längen- und Winkelmaße. Er kann in Bauteilen, Baugruppen und auch in Entwurfsdokumenten verwendet werden. Zuerst wird gewählt, ob wir uns auf Längen oder Winkel beziehen. Dann können für bestimmte Werteintervalle Toleranzen ausgewählt werden. Die Toleranzen werden dann mit einem Code beschriftet, zum Beispiel F1, und dann werden für die einzelnen Intervalle der obere und der untere Wert der Toleranz eingestellt. Die Toleranz wird nun zugeordnet zu einem Maß im Bauteil, einer Baugruppe oder einer Gruppe. In einem Entwurf kann man auf den gewünschten Maßtoleranzen-Standard verweisen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Im Stahl- und Metallbau werden die meisten Blechabwicklungen, Stücklisten und Entwurfsdokumente nicht von einem menschlichen Bediener erstellt, sondern von einer Automatik erzeugt, die zum Beispiel durch ein Arbeitsdokument angestoßen wird. Dabei kann es vorkommen, dass ein Blechteil zum Beispiel nicht sauber als ein Blechteil definiert ist. Eine Verbesserung in diesem Jahr hilft damit, mit diesem Fall besser umzugehen, das problematische Blechteil besser zu identifizieren und reparieren zu können. Wird ein Blechteil mit einer Markierung, die durch den Markierungsbefehl entstanden ist, abgewickelt? So wählt TopSolid automatisch die gegenüberliegende Fläche als Referenzfläche für die Abwicklung, sodass die Markierung direkt in der Abwicklung sichtbar ist. Hat das Bauteil Markierungen auf beiden Seiten, so gibt es in den erweiterten Einstellungen der Abwicklungsoperation eine Option namens Unzugängliche Prägungen. Ist diese aktiviert, so markiert TopSolid die Abwicklungen in einem solchen Fall als ungültig. Ist das Teil kein strenges Blechteil, ist also zum Beispiel eine Seite des Blechs aufgrund von Phasen an den seitlichen Flächen kleiner als die gegenüberliegende Fläche, so gibt es die Option Seitenflächen mit Phasen. Dann markiert TopSolid auch hier die Abwicklung als ungültig. Ziel dieser beiden neuen Einstellungen ist es, nach einer automatischen Erzeugung der Blechabwicklungen aus einer Stückliste oder einem Arbeitsdokument heraus, diejenigen Abwicklungen mit Problemen schnell herausfinden und das zugrunde liegende Problem beheben zu können. Bei der Option zur automatischen Erstellung von Blechabwicklungen, der sogenannten Mehrfachabwicklungen im Stücklistendokument, gibt es die neue Option, dass bereits vorhandene Abwicklungen oder Entwürfe von Bauteilen nicht neu erstellt, sondern nur aktualisiert werden. Zusätzlich können überflüssig gewordene Dokumente, also solche von Bauteilen, die nicht mehr vorhanden sind, gelöscht werden. Eine neue Option für Arbeitsdokumente ermöglicht es, nur diejenigen Dokumente erstellen oder aktualisieren zu lassen, die sich auf neue oder geänderte Bauteile in der Baugruppe beziehen. Es müssen also nach einem Durchlauf des Arbeitsdokuments nicht mehr alle Dokumente gelöscht und das Arbeitsdokument erneut ausgeführt werden. Es können jetzt auch Familien in Fremdformate exportiert werden. Dazu klickt man mit der rechten Maustaste auf die Familie, wählt den Befehl zum Exportieren und diejenigen Codes aus, welche exportiert werden sollen. Wenn in einem Stücklisten-Dokument mehrere Profilstähle zusammengefasst sind, können diese jetzt mit einem einzigen Befehl alle im Step-Format exportiert werden. Es wird also dann für jeden Eintrag in der Stückliste eine eigene Step-Datei erzeugt. Ein Export in andere Formate als Step ist derzeit nicht möglich. Es werden die Formate ASC und E57 unterstützt, um Punkte-Wolken zu importieren. Beim Export im DSTV-Format wird nun auch der Schnittwinkel des Profils exportiert, bisher war das nicht der Fall. Beim PDF-Export einer Zeichnung können jetzt auch Layer mit exportiert werden. Hat ein Entwurfsdokument mehrere Layer und wird dieses als PDF exportiert, gibt es eine neue Option namens Layer exportieren. Werden in TopSolid PBR Materialien für Bauteile verwendet, so werden jetzt beim Export dieser Projekte im FBX-Format automatisch die Komponenten Normale und Rauigkeit der Materialdefinition mit exportiert. Exportiert man ein Dokument mit einer selbstdefinierten Kamera im GLTF-Format, kann man die Liste aller Kameras exportieren. Ebenso können jetzt alle Texturen mit exportiert werden. Dabei hat man die Wahl, ob die Texturen in die Datei eingebettet oder in einem separaten Verzeichnis abgelegt sein sollen. Werden die Texturen separat abgelegt, referenziert die GLTF-Datei auf diese Texturen. Wenn Sie TopSolid Virtual besitzen, können Sie nun in TopSolid unter Extras-Optionen, Übersetzer, TopSolid Virtual, den Installationspfad von TopSolid Virtual eintragen. Dann erscheint unter Start Datei Converter ein neuer Converter, mit dem TopSolid Baugruppen und Bauteile direkt nach TopSolid Virtual exportiert werden können. Man kann auch auswählen, ob man eine bestimmte Konfiguration, also eine Stellung eines Mechanismus oder sogar eine komplette kinematische Simulation exportieren möchte. Danach wird direkt TopSolid Virtual gestartet und das Projekt steht bereit. Hat man eine Simulation exportiert, so gibt es jetzt im Grafikbereich eine Möglichkeit, die Simulation abzuspielen. TopSolid Virtual ist ein faszinierendes Produkt von TopSolid. Sie können damit einfach und schnell beeindruckende Bilder und Präsentationen Ihrer Projekte erstellen. Und so Ihre Projekte besser an Kunden, Partner und Lieferanten kommunizieren oder rüberbringen. TopSolid Virtual arbeitet immer in Echtzeit, also kein langes Warten, kein Rendern. Sie haben sofort, immer unmittelbar, sofort Feedback. Wir haben zu TopSolid Virtual einen Livestream gemacht, den ich Ihnen auch sehr empfehlen möchte, wenn Sie weiteres Interesse an TopSolid Virtual haben. Das waren Sie, die Neuerungen dieses Jahr im Design- und Stilbereich 7.18.2024. Verpassen Sie auch nicht unsere Videos zu den Themen Tooling und Kamm, ebenfalls in dieser Reihe. Tschüss! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017